Okay, Commentary jetzt nochmal schnell für den Start hier von dem Match. Sieht ganz gut für Repus aus, ob der jetzt ernst macht mit Rosalina. Gegen Sheik, die auf jeden Fall auch deutlich besser geworden ist in letzter Zeit wieder von Sketty, hatte auf jeden Fall eine Schwachphase. Okay, Luma ist offline. Aber das Neutral wird immer noch gewonnen hier von Repus. Das ist nämlich die Schwierigkeit, das Neutral nicht irgendwie greedy anzugehen. Oh, und das ist der Upsmash. Selbst eine Sheik wird da mal gepunished für, eine Fair. Ja, das ist jetzt eine Chance zurückzukommen. Ja, nicht greedy. Oh, das ist schön. Ja, nicht greedy geworden, sehr schön. Immer achtsam vor den Abwehrs. Und da ist Luma wieder. Ganz weit abseits, chillt da rum. Und da ist er. Okay, Sketty ignoriert Luma jetzt. Uh, schon der zweite Trump hier. Wow, und da, der Bouncing-Fisch. Schön. Okay, jetzt sind wir wieder hier im Nuke-Trill. Das Ganze ist auf jeden Fall wieder even. Und im Moment führt Sketty sogar. Natürlich kann Rosalina deutlich früher killen, aber man kann sie auch einfach gut killen, weil sie sehr leicht ist. Und Luma hat auf jeden Fall nicht mehr viel HP übrig. Der fliegt jetzt schon ganz fair. Oh, und Luma ist gone. Offline. Oh! Der Roll-Read. Äh, der Air-Dodge-Read. Repos ist da auf jeden Fall zur Seite gegangen, während er geertet hat. Guter. Oh, Plan und... Wow, alles klar. 1-0, Sketty. 1-0, Skeeter. Skrrr. Skrrr, 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 skrrr. Wenn du willst, kannst du auch nochmal mitkommentieren. Aber lass das Ding aus. Hm? Würde man sich da noch selber? Äh, nee. Ich hab die jetzt nicht da angeschlossen. Jetzt nur vor, später. Ah, ist ein bisschen wild, dass jetzt nicht das ganze Set drauf ist, aber... Aber wir können uns auch einfach... 3, 2, 1, los! Oh, das ist ein bisschen wild. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.